Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum letzten Vortrag hier heute auf dem Börsentag und es geht mal nicht um Handel, um Aktienhandel oder um Kryptos, sondern wir sind bei den Rohstoffen und wir sind ja glaube ich sogar die einzigen Rohstoffler hier. Mein Name ist Jochen Steiger, ich bin CEO und Gründer der Swiss Rezors Capital AG und auch Chefredakteur, Gründer von Commodity TV und Rohstoff TV. Ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass Sie alle da sind. Bevor ich loslege, habe ich mal eine Frage an Sie. Wer investiert denn physisch in Rohstoffe? Also Gold, Silber und Zinsen, einfach mal Hand hoch, interessiert mich. Aha, gut, das sind noch nicht so viele. Wer hat denn Minenaktien? Aha, das sieht man. Wer hat Kryptos? Ja, das sind ein paar mehr. Okay, sauber. Nicht schlecht. Das heißt für mich noch ein bisschen missionarische Arbeit heute, wunderbar. Heißt aber auch, die Rohstoffe sind nach wie vor günstig, weil es hat fast niemand. Ja, wer sind wir? Ganz kurz erklärt. Wir sind die einzigste Kommunikationsagentur der Schweiz für Minenunternehmen. Die müssen börsennotiert sein und sie müssen vor allen Dingen unseren Kriterien entsprechen. Das heißt, wir wählen unsere Kunden nur aus, wenn wir unser eigenes Geld investieren würden in diese Firmen und vor allen Dingen, wenn sie ESG-konform sind. Warum finden wir Rohstoffe so spannend? Ganz einfach, ohne Rohstoffe gibt es nichts. Und das wird immer sehr, sehr gern vergessen. Sie bauen kein Auto, Sie bauen kein Laptop, kein iPhone, egal was, nicht mal die Stühle. Ohne Rohstoffe gibt es keine Wirtschaft, keine Arbeitsplätze, kein Sozialsystem oder auch die Welt, die wir so kennen. Wir vertreten rund 48 Firmen aus meistens Kanada, ein bisschen USA dabei, Australien haben wir und Afrika. Wie gesagt, sie müssen börsennotiert sein und 40 Milliarden Dollar ist die Marktkapitalisierung, die wir derzeit vertreten. Ich habe ein super Team mit zwölf Mitarbeitern. Einige von Ihnen haben Sie heute schon kennengelernt bei uns am Stand. Und deswegen können wir das Ganze auch stemmen. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, ich weiß, aber ich wollte Ihnen einfach mal eine Idee geben, wer im Explorationssektor unsere Kunden sind, teilweise schon sehr, sehr langjährig unsere Kunden. Das sind Unternehmen, die wir favorisieren, die wir gut finden, weil ohne Exploration geschieht gar nichts. Sie müssen Rohstoffe zunächst einmal finden, dann müssen Sie schauen, ob Sie es wirtschaftlich fördern können. Und wenn Sie es fördern können, dann müssen Sie es noch raffinieren können und zu einem verkaufsfähigen Produkt bringen. Und genau das passiert durch unsere Kunden. Das sind Unternehmen, die bereits in der Entwicklungsphase sind. Wir unterscheiden im Rohstoffsektor drei Phasen, die Exploration, die Entwicklung und dann die Produktionsphase. Und jede ihrer Phasen hat seinen Reiz. In diesen Phasen gehen meistens die Aktienkurse ein bisschen seitwärts, weil es ein bisschen länger dauert, um Genehmigungen einzuholen. Aber es kann auch etwas ganz Lustiges passieren, wie zum Beispiel hier bei Millennial Lithium. Das ist ein alter Kunde von uns. Der hat jetzt gleich von zwei Unternehmen, von zwei chinesischen Batterieproduzenten ein Übernahmeangebot gekriegt. Und das zweite Angebot ist jetzt gerade vor ein paar Tagen reingekommen, wieder 20 Prozent höher. Also auch dieses kann Ihnen in der Entwicklungsphase schon passieren. Sie sehen auch, wir haben sehr, sehr viele Produzenten bereits dabei. Eines unserer Top-Unternehmer, der größte Kunde von uns, Sibandje Stillwater, ist der weltweit größte Platin-Palladium-Produzent. Und hat dieses Jahr inklusive Dividende und Aktienrückkäufe über 10 Prozent ausgeschüttet an seine Aktionäre. Macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn man solche Titel hat. Und überhaupt, Dividenden ist eh so ein Thema. Ich habe es in einem Artikel letzte Woche auf Wall Street Online auch geschrieben gehabt. Metalldividenden könnte das Tor zur Zukunft auch ein bisschen hier aufstoßen. Natürlich haben wir auch ein eigenes Produkt. Wir bewerben das nicht aggressiv. Ich will es hier nur mal ganz kurz anteasern, weil wir immer wieder gefragt werden. Ja, wie können wir denn überhaupt investieren? Und für viele ist es einfach natürlich auch ein bisschen heftig, sage ich mal, um die 50, 100 Firmen täglich zu überwachen. Aus diesem Grund wurden wir eigentlich angeregt in Stuttgart auf der Invest von vielen Anlegern. Ja, Mensch, mach doch ein Zertifikat mit Wikifolio. Und genau das haben wir gemacht. Das Zertifikat ist im September 2019 aufgelegt worden und letztes Jahr im März dann live gegangen. Wir waren auch gleich der Best Performer letztes Jahr auf Wikifolio und haben das eigentlich sehr, sehr gut hingekriegt. Es sind rund 55 Unternehmen drin. Es ist an der BXWIS bei den Kollegen hier draußen handelbar und natürlich in Stuttgart an der Euwax. In Deutschland gibt es in Schweizer Franken und Euro. So viel dazu. So, gehen wir mal rein. Titel, E-Mobilität und Rohstoffe. Gehen uns die Rohstoffe aus? Werden wir nachher sehen, was passiert. Aber auf jeden Fall, es ist ein Abhängigkeitsverhältnis definitiv da. Wir haben alle erlebt, die Wahlen in den USA. Joe Biden hat gewonnen. Joe Biden hat ein 2,3 Billionen Dollar Green Deal verkündet. Meine Damen und Herren, wenn das alles umgesetzt wird, zusätzlich mit den Plänen von Christine Lagarde in der EZB, dann wird es ziemlich lustig, weil diese Rohstoffe gibt es bisher noch gar nicht. Also muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit großen Prognosen und Versprechungen, weil wir müssen die Sachen auch bauen. Weil die Frage ist ja, wollen wir so Elektro laden oder wollen wir es mit einem Dieselgenerator tun? So geschehen in München unten, aufgenommen vom Kollegen von mir. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Weil das ist definitiv nicht zielführend. Was für Rohstoffe brauchen wir? Wir sehen hier schon ein paar nette Autos. Ich selber fahre auch ein Hybrid, bin auch hoch zufrieden da damit, da mir die Reichweiten bei den E-Mobilen, bei meinen Fahrweiten definitiv nicht reichen momentan. Da muss ich zu viel laden und zu viel Pause machen. Deswegen habe ich mich für eine Hybridlesung entschieden. Aber auch da, wir brauchen natürlich vorrangig Lithium, Kobalt, Nickel, Silber, Kupfer, seltene Erden und vor allen Dingen auch Uran. Da kommen wir nachher drauf. Da werde ich immer viel gescholten in Stuttgart, der Hauptstadt der Grünen. Sie hören sich, ich komme da auch her ursprünglich. Aber das macht immer sehr viel Spaß, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Weil für Tagträume und Fantasie und Luftschlösser haben wir leider Gottes keinen Platz mehr in dieser Welt. Die Autos von heute bereits, VW ID.3, ID.4 ist ja schon auch auf den Straßen. Draußen habe ich schon E-Trons gesehen. Ich kann Ihnen eins sagen, das sind wahre Rohstoffprachtschleudern. Das ist fantastisch, was da drin ist. In so einem dicken E-Tron, wenn der richtig ausgestattet ist, haben Sie da mal locker in der Regel 100 bis 130 Kilo Kupfer in einem Auto drin. Das ist mal um so ein bisschen die, wie soll ich sagen, Maßeinheiten hier aufzurufen. Das ist wirklich heftig. Und Kupfer ist auch so ein Riesenthema für die Zukunft. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das ganz genau anzuschauen. Aber Kupfer ist auch in der Windenergie hochspannend. Warum? Es wird jeder denken, die packen da einen Spargel hin. Das ist ja alles kein Problem. Da haben wir ein bisschen Kohlefaser. Da haben wir innen drin so einen schönen Motor. Ja, meine Damen und Herren, den Strom, den wir da generieren, speziell wenn es mit Windstärke 8 bläst, da brauche Sie Kabel, da geht das nicht. Das Kabel muss so dick sein wie mein Schenkel, sonst kriegen Sie es nicht durch, der Strom. Das glühte Ihnen einfach durch, das Zeug. Das ist zu hoher Widerstand, das schmilzt. Und deswegen rechnet man bei großen Windanlagen, allein nur damit 35 Tonnen Kupfer werden da verbaut. Von Neodym für die Kupplung und sonstigen seltenen Erden, was alles noch drin ist. Und was wir insgesamt noch brauchen an Legierungen wie Zink und Eisenerz, wollen wir noch gar nicht reden. Also es ist nicht ausgemacht, dass man sagt, die Windkraft ist so wahnsinnig grün jetzt und alles so einfach und so toll, denn es kommt einfach darauf an, wo kommt es denn her. Und speziell auch im Wasser ist es so eine Geschichte, weil wenn Sie, wie geschehen, bei den Windkraftanlagen, die vor fünf oder zehn Jahren errichtet wurden in der Nordsee, die rosten Ihnen jetzt schon alle zusammen, weil sie nicht sauber verzinkt waren. Also auch da muss man mal drüber nachdenken, ob man manche Dinge vielleicht ein bisschen gelassener angeht. Ja, Kupfer und Silber sind zwei Lieblingsthemen von mir, ehrlich gesagt. Und ich habe es gerade schon erwähnt eingangs, Kupfer ist wirklich das Metall der Stunde, weil ohne Kupfer kommen wir weder in der Energiewende weiter, noch elektrifizieren wir die Straßen. Auch beim Wasserstoff nachher brauchen wir Kupfer nach wie vor, es sind E-Motoren drin. Und vor allen Dingen, wir müssen den Strom zum Endkunden bringen. Das ist das ganz große Thema. Und wer es vielleicht in der Presse ein bisschen verfolgt hat, man baut in der Nordsee riesige Windkraftanlagen, aber die Leitungen, um den Wind in den Süden zu bringen, da wo die Industrie sitzt, in Bayern und Baden-Württemberg, die werden torpediert. Weil man ist zwar grün, aber will natürlich die Leitung nicht durch seinen Vorgärter haben. Das ist klar, das geht gar nicht. Und das sind so Dinge, da werden sich einige noch ein bisschen warm anziehen müssen, weil ohne das kommen wir schlichtweg nicht weiter. Silber ist für mich ein Thema, das gehe ich vom Kupfermarkt spinnt ein bisschen weg. Das Silber ist hochinteressant. Warum? Die meisten Menschen verbinden mit Silber Anlagemünzen, von mir aus nur Kilobarren, verbinden es von mir aus mit Solarpanelen, Solaraufbauten, ist auch vollkommen richtig. Aber kein Mensch hat bisher den Silberverbrauch in der E-Mobilität auf dem Schirm gehabt. Und das Lustige ist, ein Kunde von uns, ist auch ein sehr guter Freund von mir aus Vancouver, ist seit drei Monaten der Präsident des Silberinstituts weltweit. Und wenn man sich mit dem unterhält, ganz ehrlich, dann komme ich nicht umhin, weiter Silber zu kaufen. Weil die haben ihre eigenen Berechnungen angestellt und da kommen also Summen raus. Da frage ich mich, wo kriegen wir die Minen her? Und ich habe das extra mal hier unten ein bisschen abgedruckt noch. Das ist die englische Schlagzeile dazu, dass wir also jetzt, die Projektion ist tatsächlich für dieses Jahr 90 Millionen Unzen Silber für die Automobilindustrie. Und die weitere Projektion ist für dieses Jahr Photovoltaik, sprich Solar, 98 Millionen Unzen. Und ich hatte ihn dann in einem Interview gefragt, was ich für Commodity TV geführt habe. Da sage ich ja, aber du, wie seht ihr das so 2025 Richtung 2030, wenn auf einmal jetzt Millionen von E-Autos auf den Markt kommen? Da sagt er ganz klar, 150 Millionen Unzen im Jahr steigend. Nur E-Mobilität. Und wenn man jetzt einfach weiß, dass hier die Minen nicht einfach per Knopfdruck ihre Produktion bloß erhöhen können und diesen Ausstoß garantieren, dann kann nur eines passieren, der Preis wird steigen. Jetzt werden sich viele von Ihnen natürlich fragen, ja gut, wenn der Preis steigt, dann kommt natürlich ganz schnell mehr Angebot auf den Markt. Richtig ist aber ein Zeitverzug von circa sechs bis acht Jahren. Weil selbst wenn Sie explorieren und es finden, Sie müssen Genehmigungen haben, Sie brauchen eine Projektfinanzierung und Sie können nicht einfach bloß die Mine aufbauen und sagen, jawohl, hier bin ich und jetzt verkaufe ich Silber. Also sechs bis acht Jahre ist schon optimistisch. Also von dem her, wir laufen hier definitiv in ein ziemliches Defizit rein, was Angebot anbelangt und die Nachfrage wird massiv weiter steigen. Ich habe das hier auch nochmal, das sind jetzt offizielle Zahlen aus dem Silberinstitut, aus der neuesten Präsentation. Und das, was ich unten hier so schön eingekringelt habe, das zeigt es nämlich, dass die Market Balance, und das heißt jetzt einfach, der Markt ist nicht im Gleichgewicht, sondern wir haben für letztes Jahr 251 Millionen Unzen, die uns fehlen im Markt, die nicht da sind. Und für dieses Jahr ist die Prognose bisher 127 Millionen Unzen. Allerdings muss ich sagen, wir haben noch ein paar Monate in dem Jahr und das kann uns noch ganz anders rauskommen. Warum ist das so? Ganz einfach, es gibt einen ganzen Haufen Exchange Traded Products, die auch hier draußen unter anderem angeboten werden. Und diese müssen auch mit Silber unterlegt werden. Und viele Investoren haben mittlerweile gemerkt, holla, ist vielleicht gar keine so blöde Idee, Silber zu kaufen, als Inflationsabsicherung, aber auch schlichtweg als Anlageprodukt. Und wenn ich mir überlege, ich habe 2003, glaube ich, meine ersten Silberunzen physisch gekauft, so um die 4 Dollar, war bisher jetzt kein so schlechtes Geschäft und ich schlafe ruhig damit. Also von dem her, es könnte ziemlich lustig werden. Zu Kursprognosen und Zielen komme ich später. Es geht jetzt einfach darum, mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Kupfer, genau das Gleiche. Sehr interessant, 2020 waren wir minus 604.000 Tonnen, 2021 bisher ein Überschuss für 79.000 Tonnen und für 2022 prognostiziert 109.000 Tonnen. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen lustig an. Gerade eben waren wir bei Millionen Unzen, jetzt sind wir irgendwie bei Tonnen. Meine Damen und Herren, der Weltkupfermarkt für dieses Jahr liegt in einer Range ungefähr von 26.000, 27.000 Millionen Tonnen. Also ganz ehrlich, ob 79.000 Tonnen über ein Gebot da sind oder nicht oder in China einen Sack Reis umhakelt, das ist genau das Gleiche. Das ist egal. Und jetzt ist was ganz Heftiges passiert. Es ist in der Presse hier noch gar nicht wahrgenommen worden. Ich habe es heute Morgen auch nochmal zusätzlich nachgelesen. Wir haben Streiks in Zambia. Wir haben in Guyana einen Putschversuch diese Woche gehabt vom Militär. Und wir haben Streiks in Chile auf den weltgrößten Minen, Escondida unter anderem, die zu BHP gehört. Und da reden wir von einer Mine, die liefert rund 8% des Weltkupfers. Eine Mine. Sie können sich vorstellen, wenn die vier Wochen bestreikt wird, dann hat es Auswirkungen. Und was ist passiert? Der Kupferpreis ist diese Woche gleich einmal um 7-8% angesprungen, obwohl noch gar nichts eigentlich so bekannt war. Und das soll Ihnen ein bisschen ein Gefühl geben. Prognosen, das ist alles schön und gut. Aber die Realitäten sehen leider Gottes oftmals ziemlich anders aus. Und deswegen wage ich zu behaupten, dass wir im Kupfer auch dieses Jahr in einem Defizit landen werden. Und ich glaube auch weiterhin, dass es ziemlich spannend wird beim Kupfer, was Defizite und Angebot und Nachfrage anbelangt. Also Kupfer ist für mich eines der absoluten Basis-Investments. Hier habe ich eine schöne Folie gefunden. Goldman Sachs Global Investment Research. Sind zwar normal nicht so ganz meine Freunde, aber in dem Fall ist es wirklich interessant. Kupferausblick bis 2029 bleibt einfach wahnsinnig stark. Und zwar genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Wir haben Angebotsdisruptionen und wir haben weiter stark steigende Märkte. Sei es Stromleitung, sei es E-Mobilität und natürlich auch Hybride. Und man sieht es auch hier sehr, sehr schön. Immer die Gesamtnachfrage aus zum Beispiel Windenergie, aus Solarenergie. Aber vor allen Dingen EV ist Electric Vehicles. Das ist das Graue. Das ist der Riesenanteil da dran. Und deswegen wird man da ziemlich viel Spaß kriegen. Und ganz interessant, das ist der Sixt Junior. Ich glaube, Andreas Sixt heißt er. Und die Herrschaften, die sind ziemlich gut drauf, weil die sind hergegangen und haben gesagt, Leute, bis die deutsche Bundesregierung irgendwann mal ihren Arsch bewegt auf gut Deutsch, jetzt haben wir auch noch Wahlen, da wird so lange nichts geschehen, investieren wir jetzt mal 50 Millionen Euro in Ladepunkte. Und siehe da, wir sehen hier unten aus dem Manager-Magazin, das war vom 10. Mai lustigerweise, wir brauchen 2000 neue Ladepunkte pro Woche in Deutschland, um die Ziele zu erreichen, die sich die Regierungen gesetzt haben in der E-Mobilität. Ist ja klar, wenn ich mein Auto nicht laden kann, dann kaufe ich auch kein E-Auto. Ist doch logisch. Und stellen Sie sich das einfach mal vor, was das bedeutet. Das ist Kupfer. Da reden wir nicht bloß irgendwie, wir setzen einen Ladepunkt hin und fühlen uns wohl. Nein. Wenn Sie da fünf Tesla-Charger hinstellen, dann reißen Sie die Straße auf, dann müssen Sie die gesamte Infrastruktur neu bauen, weil Sie brauchen riesige, große, dicke Kabel. Weil da laufen Ströme durch, wenn alle gleichzeitig dran sind, speziell wenn Sie auch noch mit 300, 400 kW laden wollen. Das ist unvorstellbar. Und ich habe das mit, wir kennen in Österreich da einen, der war der ehemalige Kraftwerkschef und Stromchef in Kärnten. Und das ist hochinteressant. Wir haben das mit ihm diskutiert und er hat gesagt, Leute, das ist so gar nicht machbar. Wir müssen alles neu denken. Und was sich die Herrschaften vorstellen, das einfach auszubauen und dann funktioniert es, funktioniert eben so nicht. So, kommen wir zurück aufs Kupfer. Genau das ist der Punkt dran. Kupfer wird eine stetig steigende, massive Nachfrage haben. Und wir sind ja hier nicht weit weg von Zug. Glencore ist, glaube ich, fast jedem ein Begriff. Und Glencore und BHP haben vor ein paar Monaten eine interne Studie aufgesetzt. Die gehen jetzt schon mittlerweile davon aus, dass 2040 der Kupfermarkt, Weltmarkt, ich habe gerade gesagt, dieses Jahr 26 Millionen Tonnen, so wie es aussieht, bereits bei 60 Millionen Tonnen liegen wird. Also ich bin gespannt, wo es herkommt. Ganz ehrlich, ich bin wirklich gespannt drauf. Lassen wir uns überraschen. Ja, natürlich, wir brauchen auch Lithium, Kobalt und Nickel. Und auch hier sehen Sie, die Nachfrage ist, massiv geht diese nach oben. Und natürlich, klar, Nickel, ganz lustigerweise, hat man früher nicht so groß diskutiert. Nickel hat man viel für die Stahlherstellung, für Edelstäle vor allen Dingen braucht man das. Aber mittlerweile ist es so, dass die Batteriehersteller übergehen und massiv mehr Nickel einsetzen, um eine bessere Stabilität der Batterie zu erhalten und Kobalt zu verdrängen. Da Kobalt logischerweise etwas böse ist, wie wir nachher sehen werden. Das ist jetzt genau das, was ich gerade schon ein bisschen vorne weggenommen habe. Iman Glasenberg, our industry will need significantly increase the supply of various raw materials. Genau so ist es nämlich. Wir müssen insgesamt massiv mehr Metallangebot wirklich auf die Schiene bringen, dass wir überhaupt diese Versorgung darstellen können. Und wenn man das dann auch sieht, natürlich 2030 sollen ja über die Hälfte der Autos elektrisch fahren. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die globale Batteriebaukapazität sich quasi alle zwei Jahre verdoppeln muss. Stellen Sie sich das mal vor. Jeder kennt noch die Bilder der Gigafactory in Tesla und jeder denkt, wow, was ist das denn für eine Riesenfabrik? Meine Damen und Herren, in China stehen derzeit 85 solche Fabriken und weitere 40 sind im Bau. Und da reden wir nur von China. Noch nicht einmal, was hier jetzt kommt. Also es ist wirklich ziemlich heftig, was da kommt. Und ich fand es sehr, sehr lustig. Der Jeffrey Curry, das sieht man hier unten noch in dem Spruch. The revenge of the old economy. Genau so ist es. Ich meine, wir leben in einer digitalisierten Welt. Alle sind digital am Start. Jeder hängt am Handy. Jeder hat seine Social Media. Aber meine Damen und Herren, ohne Rohstoffe ist das alles nicht möglich. Und deswegen ist es die Rache der old economy. Man hat sie vernachlässigt nach dem Finanzcrash 2007, 2008. Mal gedacht, also ruhig, da braucht ja kein Mensch mehr. Ist ja eh alles da. Nee, ist es eben nicht. Es ist in dem Sinn endlich, dass wir es wirtschaftlich fördern können. Und deswegen wird das alles sehr, sehr spannend. Zink ist so ein wunderschönes Beispiel. Wir sind noch lange nicht auf dem Top an Zink. Aber Zink hat einfach angefangen. Warum? Es gibt die neuesten Zink-Batterien, also Zink-Aid zum Beispiel. Nicht fürs Auto, sondern das sind tatsächlich Speicherlösungen, zum Beispiel für Gewerberäume, zum Beispiel in großen Wolkenkratzern drin, wo sie jetzt hergehen und die ganzen Fensterfronten mit Solarfolien bekleben. Da können sie tagsüber laden. Ja klar, dann knallen sie sich unten die Batterien rein, haben sie ihren Nachtstrom. Wunderbar. Aber es braucht einen Haufen Zink. Und das ist natürlich das Schöne dran. Deswegen sind wir auch für Zink sehr, sehr bullisch nach wie vor. Kobalt. Das ist natürlich so ein Material. Da kommen jetzt einem natürlich so spontan der Kongo in den Kopf. Und das ist auch richtig. Oder die DRC, also die Democratic Republic of Congo. Und das ist auch richtig, weil allein aus der DRC kommen gut 62 bis 64 Prozent des Weltkobalts. Und genau die Bilder wollen wir nicht sehen. Das ist genau das. Wo man auch mal so einen Tesla-Fahrer und wie sie alle da sind mit E-Mobilität ein bisschen vor Augen führen muss. Es kommt auch darauf an, wo die Sachen wirklich herkommen. Ja, und das sind Kinder. Das sind, man sieht es auch hier. Das sind Warlords zum Beispiel. Da unten, ja, mit Kinderarbeit und allem drum und dran. Diese Kinder werden maximal 12, 13 Jahre alt. Mehr nicht. Wenn überhaupt. Weil die stehen wirklich in den Giften drin. Das ist unmenschlich so was. Und deswegen müssen wir auch von dem Kobalt zunächst einmal so wegkommen, weil genau das wollen wir nicht sehen. E-Mobilität ja, aber das mit Sicherheit nicht. Nickel. Es ist der Choice, wie soll ich sagen, das Metal of Choice, so ein bisschen. Weil Nickel ist noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Aber wie ich es gerade gesagt habe, die Nickel-Anteile gehen massiv nach oben. Gerade in den Batterien für die E-Autos. Und von dem her auch da erwarte ich Zuwachsraten wieder Richtung die alten Höchststände. Das wird jetzt nicht die nächsten drei Monate passieren. Das, was ich jetzt erzähle, das ist eigentlich für den Rest dieser Dekade gedacht. Aber wir werden stetige Aufwärtsentwicklungen haben. Lithium Carbonate, nicht erschrecken, das sind jetzt keine Dollar, sondern das sind chinesische, den Bimbi, pro Tonne Lithium Carbonat. Auch hier sieht man, die letzten Monate, die waren echt krass. Warum? Lithium ist kein Produkt, was an einer Börse gehandelt wird. Es ist ein reines Kontraktprodukt. Das heißt, der, wo es herstellt und der, wo es abnimmt, die schließen einen Vertrag miteinander. Und deswegen ist die Preistransparenz immer ein bisschen schwierig abzubilden. Aber man sieht es, der Lithium-Preis hat sich gut und gerne verzweieinhalbfacht. Und das gibt ein sehr schönes Indiz, wo die Reise hingeht. Weil in Anbetracht dessen, dass wir einfach in Gigawatts mittlerweile und Terrawatt mittlerweile rechnen, was die Batteriekapazitäten und die Produktion anbelangt, wird es auch mit dem Lithium noch ein bisschen lustig werden, obwohl wir da dafür extrem viel auf der Welt haben. Und genau das wollte ich Ihnen mitbringen, weil das sind nämlich genau die Geschichten, die eigentlich sehr, sehr spannend sind. Diese Grafik zeigt wunderschön derzeitige Weltjahresproduktion, geteilt durch die weltbekannten Reserven des jeweiligen Metalls. Da haben wir also momentan für 221 Jahre Lithium auf der Welt. Hört sich brutal viel an. Aber was passiert denn, wenn auf einmal die Weltjahresproduktion sich verfünffachen muss und verzehnfachen muss? Dann schrumpft das Ding ganz, ganz schnell hier runter. So schnell können wir gar nicht gucken, wie das geht. Heftig Aluminium. Das ist jetzt zum Beispiel genau das mit Guinea, mit diesem Putschversuch. Der Aluminium-Bauxitpreis ist durch die Decke gegangen diese Woche. Weil ich glaube, was sind es jetzt ungefähr, glaube ich, 25 Prozent des Bauxits auf der Welt kommen aus Guinea. Also die Aluminiumhersteller haben gerade richtig Spaß. Kupfer haben wir noch 44 Jahre. Ist gar nichts, meine Damen und Herren. Weil in Anbetracht der Nachfragewelle, dieses Nachfrage-Tsunamis, der da auf uns zukommt, kann das hier unheimlich schnell auf 10 Jahre schrumpfen. Das Gleiche, Kobalt sehe ich nicht so drastisch, Eisenerz auch nicht. Schauen Sie mal Blei, Nickel und Zink an. Das ist überhaupt nichts. Ganz ehrlich. Das ist total verrückt. Wir brauchen massiv mehr Zinkminen. Wir brauchen mehr Nickelminen. Wir brauchen Bleiminen. Was ist das Problem bei Nickel? Ganz einfach. Wenn Sie ein Nickelprojekt haben, was wirklich markant ist, dann reden wir ganz schnell über 2, 3 Milliarden Dollar Investitionen. Und die stemmen Sie nicht einfach so. Das müssen die großen Konzerne machen. Und von dem her ist es eigentlich sehr, sehr spannend, dass wir hier auf ein wunderschönes Problem zusteuern. auch eingedenkt des Titels meines Vortrags. Ich glaube nicht, dass uns die Rohstoffe zwingend ausgehen, aber ich glaube, dass es verdammt teuer wird. Und das ist eigentlich das, was uns als Anleger wiederum erfreut. Auch was ganz Interessantes. Man kann viel planen. Man kann sich viel vornehmen. Das ist alles unheimlich toll. Aber wie ist die Realität? Und wenn Sie jetzt hier schauen, das war der Forecast an chinesischer, abhängiger Produktion, integrierter chinesischer Produktion und den südamerikanischen Brines, den sogenannten Salaren, wo Lithium herkommt. Das war das, was man gesagt hat, ich glaube, das kriegt man hin. Das ist die Realität gewesen. Also es ist schön, Luftschlösser zu bauen, aber ich halte es dann doch lieber mit Fakten. Und von dem her, das sind Dinge, die werden uns noch massiv beschäftigen. Und was auch, das sind also übrigens immer hier in 1000 Tonnen. Hier sieht man es. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 6.37.000 Tonnen, was realisiert wurde gegenüber geplanten 130.000, 132.000 Tonnen. Also auch hier sieht man, das Angebot kann gar nicht so schnell Schritt halten, wie die Nachfrage durch die Decke geht. Ja, die Frage ist natürlich ein bisschen, wie sieht das Gesamtbild aus? Wo kommt denn das Zeug eigentlich her? Beziehungsweise das, was ich jetzt gerade so schön in den Raum gestellt habe mit der Nachfrage. Das ist die Projektion von Forbes und Bellona für neu angemeldete Elektroautomobile inklusive Plug-in-Hybriden in Europa 2011 bis 2020. Da sind wir also dieses Jahr noch gar nicht dabei. Das ist sogar mit dem Corona-Jahr. Schauen Sie sich das mal an. Das ist exponentiell fast schon. Das ist Wahnsinn, was da abgeht. Und das konnte man bisher bewältigen, aber die Wachstumsraten werden so weitergehen. Definitiv. Und das Gleiche hier, China. China ging durch die Decke. Nur, auf einmal sind es hier Millionen die Einheiten. Ups, anderer Basiseffekt. Also, ist heftig. Und deswegen, wir diskutieren zurzeit unheimlich viel über ESG, über Green Bonds, über die GHG, die Greenhouse Gas Emissions. Und es ist unheimlich toll, wenn alle hier dann am Start sind und sagen, ja und die Schweiz, Deutschland und Österreich retten jetzt das Weltklima. Gratulation. Werden wir nicht hinkriegen. Warum? Schauen Sie sich das mal an. Das hier sind die weltweiten Ausstoßprozentzahlen der jeweiligen Länder an Gesamt-Greenhouse-Gas-Emissions. 27% China, 11% die USA, 6,6% Indien. Ich nenne das immer, solange die CIA nichts macht dagegen. Kein Verschwörungstheoretiker. Nein, China, Indien, Amerika. Solange die nichts machen, ist es unerheblich, was wir hier tun. Warum? Die Schweiz trägt 0,1% bei, Österreich das Gleiche und die Deutschen kurz über 2%. Wenn wir 50% einsparen und hier mit der Pferdekutsche durch die Gegend jagen, dann haben wir Weltklima. Machen wir nichts. Es ist egal. Es spielt keine Rolle. Es ist wurscht. Schauen Sie, die EU 27,6,4%. 27 Staaten machen das Gleiche wie Indien. Und die 27 Staaten, die können sich ja nicht mal einigen, ob Bananen jetzt krumm sind oder welchen Winkel sie haben. Also sehr, sehr schwierig. Und übrigens, hier drüben sieht man, China hat in den komplett Netto Emissionen von 1990 bis 2019 gemessen jetzt mittlerweile OECD-Standard erreicht. Und die haben fein noch ganz schön viel Aufholmpotenzial. Weil es leben in China immer noch rund 600 Millionen Menschen eigentlich in Armut und mit dem Fahrrädle. Und die wollen alle genau so ein E-Auto, die wollen einen Kühlschrank, die wollen ein Haus, die wollen genau das, was wir auch alle haben. Also von dem her, da geht es noch ziemlich ab. Und von Indien und Afrika haben wir noch gar nicht geredet. Tja, was könnte uns denn helfen? Uran. Ups. Ja, wie so Uran. Jetzt sind natürlich alle ganz hektisch und sagen, nein, das ist böse, böse, böse. Wir haben ja Tschernobyl gehabt und wir haben Fukushima gehabt. Meine Damen und Herren, rein technologisch betrachtet ist Uran die sicherste Technologie auf der Welt. Warum? Ganz einfach. Tschernobyl war ein Unfall, der von Menschenhand herbeigeführt wurde durch absolute Dämlichkeit 1986. Und Fukushima hätte nicht stattfinden müssen. Warum? Weil die Herrschaften bei Tepco schlichtweg für 40 Millionen Dollar 40 Millionen Dollar ihre Tsunamimauer nicht hoch genug gemacht haben. Weil sie 40 Millionen einsparen wollten und jetzt wirklich, also man darf gar nicht drüber, sorry, so viel Rotwein kann ich gar nicht trinken, dass ich sowas baue. Das ist gar nicht möglich. Die Stromversorgung unterhalb des Meeresspiegels gelegt haben. In einem Tsunami-Erdbebengebiet. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und auch noch das Kraftwerk an der Strand braucht, weil die Herrschaften vielleicht in die obere Etage ausblick wollten aufs Meer. Aber genau das war das Problem. Wenn denen nicht die Stromversorgung weggeknallt wäre und sie es gebaut hätten nach unseren Standards hier, nämlich wo man unabhängige Stromversorgung und Wasserkreisläufe hat. Sie müssen hier eine Stromversorgung pro Reaktor zwei Wasserkreisläufe zur Kühlung haben, unabhängig voneinander. Die hatten einen Strom, einen Wasserkreislauf für vier Reaktorblöcke. Einfach nur dämlich kann ich sagen. Das hat mit Kernkraft nichts zu tun. Warum sage ich das so? Nicht, weil ich jetzt hier Ihnen ein Atomkraftwerk verkaufen will. Mit Sicherheit nicht. Es geht darum, wir werden diese Greenhouse Gas Emissions niemals so erreichen können, wenn wir anfangen die Kernkraftwerke abzuschalten. Und das Nächste, was glauben Sie denn, was passiert, wenn in der Schweiz einmal eine Million Elektroautos oder 500.000 Elektroautos unterwegs sind, da gehen uns hier die Lichter aus. Sie haben die Grundlast nicht dafür. In Deutschland genau das Gleiche. Die wollen nächstes Jahr in Deutschland die restlichen drei Kernkraftwerke abschalten. Die kriegen einen Lachanfall. Die werden im Dunkeln sitzen. 100 pro, weil sie können das mit erneuerbaren Energien nicht stemmen. Was ist passiert? Wir sehen hier einen wunderschönen Haken nach oben. Das da. Das ist das Kaufsignal. 40 Dollar und 20 Cent hat Uran am Spotmarkt am Freitag geschlossen. Wir haben 2016 unseren ersten Uran-Spezialreport rausgebracht. Ich habe gedacht, in Stuttgart die lünchen uns auf der Messe. Aber hat funktioniert. Meine Mitarbeiter haben sich wacker geschlagen und wir haben auch den ein oder anderen Militanten dann vom Stand entfernt. Zum Glück habe ich 140 Kilo. Und es ist einfach so, ja, Realitäten und die Realität ist die, dass wir zur Zeit 443 Kernreaktoren in Betrieb haben auf der Welt. Habe ich hier mal vor unserem Kunden Uranium Energy aus, eine super Aktie. 443 Reaktoren auf der Welt sind momentan in Betrieb, 51 sind im Bau. 56 neue Reaktoren ans Netz gegangen seit 2012. Ja, und man erwartet die nukleare, das nukleare Jahreswachstum von 2020 bis 2027 bei 2,6% im Jahr. Meine Damen und Herren, einfach mal so ein bisschen zergehen lassen. Die USA verbrauchen 55 Millionen Pfund im Jahr Uran. Da ist alles drin aus Atom-U-Boot. Wissen Sie, was sie produzieren? Schätzung? Sagen Sie mal eine Zahl. Was produzieren die USA Uran selber? Was schätzen Sie? Nicht schüchtern. Keine 2 Millionen Pfund im Jahr. Und das mit viel Glück. Das heißt, Sie sind in der totalen Abhängigkeit. Wer sind die Hauptlieferanten? Kasachstan, Usbekistan und Russland. Erklärte Freunde der USA. Und deswegen wird das jetzt massiv abgehen. Die haben eines begriffen, das hat Trump sogar begriffen, er muss was tun. Und deswegen glauben wir auch, dass hier im Uran jetzt wirklich der Deckel wegfliegt. Ich war 2006, 2007 damals hier in Zürich, als der hier eine Uranmesse gab sogar noch. Da gab es noch richtige Uranfonds, da ging es noch richtig vorwärts. Und da ist das Uran innerhalb von glaube ich neun Monaten von 20 Dollar auf 140 Dollar gestiegen. Warum? Nicht, weil wir auf einmal jetzt 200 Kernkraftwerke in Betrieb genommen haben. Nein, die Finanzinvestoren sind rein. Und wer es vielleicht in der Presse verfolgt hat, Sprott hat den Uranium Participation Fund gekauft und pimpt den jetzt, aber Vollgas. Die kaufen Uran, das alles zu spät ist. UEC hat mittlerweile 2,5 Millionen Pfund physisches Uran gekauft. Einfach mal so. Hört sich jetzt wieder nach nichts an. Uranmarkt hat 180 Millionen Pfund dieses Jahr. Produktion 125 Millionen Pfund. Wir haben einen Riesengap. Wo kam das bisher her? Klar, es wurde was aufgearbeitet aus den Lagerbeständen der Japaner. Nur die Japaner haben diese Woche beschlossen, wieder drei Kraftwerke in Betrieb zu nehmen. Und wups, sind die Lagerbestände weg. Ganz einfach, vom Markt gezogen. Es wurden keine neuen Minen entwickelt. Es wurde fast nichts exploriert. Meine Damen und Herren, um eine Uranmine komplett in Produktion zu bringen, reden wir von 15 Jahren. ganz entspannt mit allen Genehmigungen. Aber die Nachfrage geht hoch. Und deswegen denke ich, ich fühle mich ein bisschen erinnert an 2006, 2007. Deswegen glaube ich, wir werden mit dem Uran die nächsten zwei, drei Jahre richtig viel Spaß kriegen. Wir haben es gesehen, bei den Aktien diese Woche schon. Allein so eine UEC ist diese Woche insgesamt um 40 Prozent gestiegen. Wahnsinn. Aber das wird noch ganz andere Höhen erklimmen. Ach ja, noch was. an Contracting, also an wirklich langfristigen Verträgen sind bis 2035 sind die fällig. Was heißt das? Ein Kernkraftwerk kauft ja nicht am Spotmarkt oder ein Stromversorger. Die machen mindestens drei, fünf, sieben, zehn Jahresverträge. Was sehen wir hier? Es ist genau die letzte Uranwelle 2006 bis 2007, Anfang noch 2008. Da wurden die meisten langfristigen Verträge abgeschlossen. Ja, welche Jahreszahl haben wir denn heute? 2021, ups, es läuft alles aus, komplett. Und das muss kontrahiert werden, weil das Schlimmste, was Ihnen passieren kann bei einem Kernkraftwerk, ist, dass Sie keinen Brennstoff haben. Ein Kernkraftwerk braucht für den Jahresbetrieb 500.000 Pfund bis 750.000 Pfund Uran. Einfach mal so. Es sind bei 443 Stück, die gerade laufen, das ist ein Brett. Und von dem her wird man auch hier ziemlich viel Spaß kriegen die nächsten Jahre. Was muss geschehen? Logischerweise Uranpreis muss hoch. Der Incentive-Preis, um neues Projekt zu beginnen, liegt mittlerweile bei 70 Dollar das Pfund. Und gestern haben wir mit 40 Dollar geschlossen. Also auch hier noch ziemlich viel Luft nach oben. Ja, Fazit. Rohstoffe werden uns nicht ausgehen, mit Sicherheit nicht, aber es wird immer teurer, diese zu finden, zu fördern und zu gewinnen. Das ist also wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und was natürlich auch mit reinspielt, es ist nicht nur die langen Genehmigungszeiten oder auch politische Unsicherheiten, sondern schlichtweg auch der Verfall der Qualität der Erze. Meine Damen und Herren, wir haben die tiefhängenden Früchte, die haben wir abgeerntet auf der Welt. Wir haben früher, haben wir in Afrika Kupfer mit 6-7% auf die Halde geschmissen. Es hat keinen Sinn gemacht, das abzubauen. Heute haben wir unser Kunde Copper Mountain, der produziert 300 Kilometer südlich von Vancouver Kupfer. Wissen Sie, was der für Grade hat? 0,5% und die verdienen richtig Geld. Ja, warum? Der Kupferpreis ist massiv gestiegen. Aber das ist genau der Punkt, wir finden diese großen Vorkommen heute nicht mehr, die Monster gerade haben, einfach zu fördern sind und wo einfach wirklich was vorwärts geht. Das zweite ist natürlich klar, die Metallnachfrage geht stetig nach oben. Egal, E-Mobilität, Stromverbrauch, Stromherstellung, Gewinnung, erneuerbare Energien, was ich vorhin beschrieben habe. Und wie gesagt, Kernkraft ist dabei, eine Riesenrenaissance zu erleben. Auch ganz klar, ohne Kernkraft schaffen wir die Greenhouse Gas Emissions Reduktion definitiv so nicht. Und ich finde es immer auch schön in Deutschland, wenn man sich wahnsinnig grün gibt und sich Merkel vorne hinstellt und sagt, ja das ist alles gar kein Problem und wir kriegen das hin und wir machen das, wir schaffen das. Und alles toll, ja und dann kaufen sie Strom in Frankreich. Gratulation, Frankreich stellt seinen Strom zu 87% aus Kernkraft her. Ja, also ich kann mir auch von den Linken in die rechte Tasche reinlügen. Das ist schon ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Aber ganz klar, wir haben noch genug Rohstoffe, ja, also ich finde auch die Utopien und wir fliegen jetzt auf Asteroiden und bauen da Rohstoffe ab, ja, sorry, aber, ja, das ist also der größte Blödsinn, den es gibt, weil die Rakete stößt ja fast nichts aus, wenn sie da hoch geht und auch sonst ist es kein Problem mit der Schwerkraft Rohstoffe abzubauen, also ich lache mich tot. Wir werden mit Sicherheit keine Engpässe sehen, was Lithium und Kobalt anbelangt, das glaube ich nicht. Ich glaube, Engpässe in den genannten Metallen vorhin, die also wirklich wenig Reservelaufzeiten haben, da gehört für mich aber genauso Silber rein, Kupfer ganz klar, Zink, Nickel und Blei, das mit Sicherheit, das könnte noch sehr, sehr spannend werden und Uran ist für mich der große Joker und noch was ganz Wichtiges, weil wir haben es vorhin gesehen, wo ich gefragt habe, wer hat denn überhaupt investiert. Das ist genau das Bild, was sich mir seit Jahren bei jedem Vortrag abzeichnet. Rohstoffe hat fast niemand im Depot. Und die Zeit, die Renaissance beginnt jetzt, definitiv. Ich habe gesagt, 2018 ist der Boden, 2019 ist es Übergangsjahr und 2020 geht es los. Und genau das ist passiert. Und jetzt schauen Sie sich mal das an, Professor Denin war heute auch bei uns am Stand, mit dem machen wir übrigens zusammen das Zertifikat mit der Asset Management Switzerland hier in Zürich und in Zug. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Er hat diese Grafik entwickelt. Und die illustriert eigentlich traumhaftest, wie es auf der Welt aussieht. Hier ist 1970, also wir reden über 52 Jahre jetzt, oder 51 Jahre, Entschuldigung. Das ist abgetragen, der S&P, Goldman Sachs Commodity Index, da sind alle Rohstoffe dieser Welt drin, geteilt durch den S&P 500. Und wenn man das jetzt sieht, wann war es billig in Rohstoffe zu investieren? Natürlich unterhalb dieses Medians. 3,7 ist der Durchschnitt. Da war es teuer, klar die Ölkrise. Die Ölpreise waren natürlich durch die Decke. Erster Golfkrieg, weiß ich noch, 1990. Ich habe damals in London gearbeitet, das war also echt krass. Ich bin in London gelandet und am dritten Arbeitstag geht es da unten richtig ab und die Hölle war los in der Bank. Also das war wirklich heftigst. Aber auch da waren Rohstoffe natürlich teuer. So, dann Dotcom-Bubble, da war es dann billig. Dann sind wir wieder hochgeschossen. China, Commodity, Supercycle und jetzt, Corona, jetzt sind wir hier unten. Das ist wirklich ganz aktuell. Also der Chart ist drei, vier Tage alt. Was zeigt uns das? Wir sind auf einem 51-Jahres-Tief der Rohstoffe. Und das mit den Aussichten. Also sorry, das ist doch ein gigantischer Markt. Ganz ehrlich. Wenn ich mir anschaue, dass jemand für, was waren, 67 Millionen Dollar ein Krypto-Gemälde kauft. Okay. Also ich wüsste jetzt mit dem Geld was Besseres anzufangen. Aber das Geilste fand ich, dass ein italienischer Künstler eine unsichtbare Skulptur für 18.000 Dollar verkauft hat. Mega, oder? Können Sie es sehen? Wollen Sie die Skulptur haben, die hier unsichtbar ist? Ich gebe sie Ihnen für 17.000. machen wir einen Deal. Das ist genau das. Das ist verrückt. Das hier, das ist Realität. Ganz einfach gesprochen. Wir werden richtig Spaß kriegen an den Rohstoffmärkten. Das wird richtig heftig. In dem Sinne vielen herzlichen Dank. Glück auf. Wenn noch Fragen sind, bin gerne dabei. Bye. Applaus Vielen Dank.